Lasst uns diese Party beginnen! Fikajam! Ich bin ein wenig! 3500! Ordentlich Cash verdient! Ne, komm! Wir drücken ihn mal nicht! Ja, ja, sein Herzenswunsch wurde erfüllt! Mit ihr könnt ihr gar nicht quatschen jetzt! Jetzt, wo wir den Kopf abgedradet haben, schadet es da nix anders aussieht! Reparier ich den mal! Vollends! Dann machen wir Feierabend! Mal gucken, ob wir in der Nacht rauskönnen! Lass uns das aufhören! Also was ist für uns der nächste Kampf? Hm! Dieser ist eine wirkliche P. Der Mech geht mit dem Namen Junker! Der Pilot ist als Hart, und sieht aus wie sie als Vollzeit-Mechaniker gearbeitet hat, bevor sie die Ranken zu sein! Der sieht wirklich beefy aus! Junker ist ein Close Combat Specialist, also sollten wir den beste Verwendung unserer P-Rank machen! Und sie ist auch auf die Gefängnis-Techniken! Sie ist vielleicht nicht so großartig, aber sie hat eine stürze Armour! Jetzt! Lass nicht deinen Händen aufhören, Pidonkey! Sie ist großartig, Mann! Wann kämpfen wir? Sie ist großartig, Mann! Wann kämpfen wir? Wann kämpfen wir? Sie ist rankt, sie ist 90. Sie ist ein 7er-Rank-Junker. Es wird gut für euch, Leute! Hell ja! Diese Mädchen ist was, Mann! Ich will in irgendeinem Weise helfen, wie ich nicht kann! Gut! Sack Menobi! Ich sollte jetzt den Sack nehmen! Gute Nacht, Leute! Nacht! Nachtnäpp! Also, was sollst du mit dem neuen Kind machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche, sie zurück zu senden. Was ist mit euch mit euch? Es ist eine lange Geschichte. Mach mir das nicht! Ich habe es genug von ihr gehört. Es ist kompliziert. Verdammt, Kat, Mann! Eine 14-Jährige kam von der anderen Seite des Landes, um dich alleine zu sehen. Es sieht sicher aus wie viel Probleme. Also, was ist sie? Deine Frau oder was? Mehr oder weniger. Welcher Antwort ist das? Ich werde es herausfinden, Wizard. Sie wird hier für den Zeitpunkt bleiben. Lass uns den Sack nehmen. Ich bin geklappt. Ich bin sicher, ob wir da auch relativ easy durchkommen, oder nicht? Aber wir haben ja noch, sozusagen, zwei Tage. Ja? 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 Nee? Ich bin zu gut an Spiel. Ich spiele in meiner Sprache. In Wahrheit. Ich spiele jetzt! Und du bist ein totes Nerd! Piee! Ich gewinnen! Hahahaha! just kidding I'm actually playing cooking mama I used to play a lot of video games with my niece Really? What games did you play? Mortal Kombat, Resident Evil, Silent Hill, The Fatal Frame Series, all the good stuff Wow, how old are your niece? Acht? Tiara is about seven and Ribbon will be five next month Now, where do I plug this cable? I used to play a lot of video games with my niece Jaja Is okay No, not running No, I'm tired I'm tired So, what do I do now? Nahkampfangreifer is a strong weapon Lass dich nicht in die Enge treiben Zurückstoßen hilft Naja Müssen wir mal gucken Will ich hier noch was? Pfff, nee Nee, nee Hey, Catman Don't forget, we got a fight tomorrow Jaja You better not let that victory go to your head You still got a lot of work to do No worries, Wizard Hey, Shado Can you get an optical drive for me? Thanks What the... Oh, you again Welcome back, Mister Make yourself at home If you need anything, I'll be over here Wie geil Optisches Gehwerk Rennwerk Laufwerk Sprintwert Und warum gibt's zwei optische Lauf... Ach, optionales Laufwerk Optionales Rennwerk Falscher Gegenstand Ich kaufe alles Hihihihihi Ohhhh Das Zeug Das werden wir nie wieder brauchen Gibt's eigentlich irgendwo ein richtiges Inventar? Nicht wirklich, ne? Nee Einfach mal das Cash verbraten, dann werden wir die Teile nie wieder haben Nie wieder werden wir das sehen Ja, wobei... Oh! Mangoes Ach, das ist ja auch geil Das ist mir noch nie aufgefallen, dass der das nur macht, wenn wir am Laufen sind Das ist der Mangoes, der Welt der Mangoes fliegt an Hier Auch geil, wie die... The Goose, die ganz oben mehr oder weniger headbangt Hell yeah Hell yeah Hast du dir verdient Hast du dir verdient Oh, wir können jetzt nicht mehr... Errungenschaft freigeschaltet Pudding? Na was? Warum das denn? Ich kann jetzt auch schlecht nachgucken, weil ich noch immer kein Internet habe Es ist der 10.2. Und laut der Aussage von Vodafone dauert es noch bis zum 17.2. Mindestens was zur Hölle Ach, warte mal! Ich kann jetzt die Dopp-Cooki-Dance machen Ich will mal kurz gucken, ob sich da hier irgendwas verhindert hat oder ob es immer noch Kalk ist Wann das schnell mal 45 Sekunden? Oder war das nicht mal nur 30? Nee, kann sein, dass es wirklich schon immer 45 waren, weil ich glaube, beim zweiten ist man immer so bei... 22 Dann, wenn man das Ding abgegeben hat Oh, oh, das war nicht ganz so geil Hätte ich durchsprinten sollen, das geht Nee, das kriegst du immer noch nicht besser hin Du kannst auch nicht noch schneller treten Leider Zaaack! Aber durch die Schose durch Nee, kriegst du nicht hin? Ich zumindest nicht Von daher, keine Ahnung, wie man da weiter hochkommen soll Gosh Abartig 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 Kann man doch mal mit ihm quatschen, bezüglich der Hexe Ich weiß nämlich nicht, wann man da spionieren soll Ob das automatisch irgendwann in der Nacht passiert oder nicht Hat er nur die Option... Ja, nur die Option Schrottjagd Was ist das? Vielleicht musst du aber auch erst alle Tagesaufgaben abschließen Das kann natürlich auch sein Erstmal Laufwerk abgeben Und dann kieken Ich muss das mal mit ihm kommen Und dann auch noch ein bisschen was Oder auch In der Kneipe, ein bisschen was holen, wenn man das an der Wand ist egal Ja Oder auch in der Kneipe an Infos kommen Wer weiß Hey, guck mal, ich hab dein optionales Laufwerk Das ist genau das, was ich brauchte Danke, Shado Jetzt können wir Grandpa zurück auf der Reine Okay Ich muss nur herausfinden, wo ich das hinbekommen Vielleicht... Äh... Biiiip Warte hin Was denkst du, was du machst?! Sorry, ich konnte nur nicht resisten Oh Let's get to work In den... Es dauert ein bisschen Zeit, bis ich das herausfinde Oh, ja, Mann, ähm... Jack kam dich zu suchen Jack? Was wollte er? Wer ist Jack? Ich weiß nicht... Es klingt wirklich wichtig Ich schaue bei Hogs Oh... Fancy Jack Neue Chipbox-Song Gonna Kick Your Ass Was ist hier mit ihr los? Jetzt... Woher... Ich hab' viele Videogame mit meinen Nießen Oh, ja, ja Nein Ich hab' viele Videogame mit meinen Nießen Ich hab' viele Videogame mit meinen Nießen Ich hab' viele Videogame mit meinen Lieben Ich hab' viele Videogame mit meinen Lieben Habe ich vorher schon versucht Ging irgendwie nicht Also, zum Dialog überspringen Check! Was gibt es? Guck' nochmal, was... Oder irgendeinen Tipp für den Kampf geben möchte Hey, Dude Hey, Bud! Nur der Typ, den ich nachschauen wollte Kann ich ein bisschen von deinem Zeitpunkt haben? Ich brauche ein paar Tipps Oh... Okay Wurde! 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 Schade ist ein armen Mann! Meh! Du kannst mir mit diesem Meh! Was ist es? Ein Problem mit unserem wunderbaren, fanzigem Mann? Ja! Ähm... Was ist das? Komm' mal, Mann! Lass mich dir was zeigen! Okay, ich bin gespannt! Cooler Platz, du hast hier! Richtig cool! Hehe! Sieht ein Mann wie ich, oder? Ich glaube so! Ehm... Sieht ein... Sieht ein... Sieht ein... cooles Hintergrund und sch... Und... Ich weiß nicht... Ich dachte, es wäre schön, zu... zu... zu kennen sie! Ich weiß, sie ist aus meiner Liga, aber... ... ... Du siehst, wie der Typ der Mann, die Mädchen sind. Ich dachte, du könntest... ... ... mit einigen Tippen helfen! Hmm... Ich habe nicht diese Kampf gemacht, damit ich sie verraten konnte. Ich dachte wirklich, dass mein fanzöser Mann die Junker-Ass würde, aber... ... ich weiß nicht... Ich will nur zu sprechen, du weißt? Oh, das ist irgendwie süß! Ich bin nicht immer so wie das, aber... ... ich versuche, aus meiner alten Selbst zu entfernen. Ich bin nicht sicher, dass ich dein Typ bin. Du hast wahrscheinlich viele Mädchen verraten, nicht wahr? Nur eine. Oh, okay. Ich bin... ... mit anderen Sachen. Ich weiß. Ich denke, das ist es dann. Oh, warte mal. Du hast einen 1-1-1. Ich bin 0. Oh... Ich will nur das zu gehen. Wir sind nicht so weit entfernt. Ich bin... ... das zu tun. Ich bin... Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie Zeit für das, was ich. Ich habe nie Zeit für das, was ich. Es war einfach so. auf dem richtigen Ort, auf der richtigen Zeit. Komm mal, Mann! Das ist alles, was da ist. Wait, Mann! Du bist nicht erzählen mir was. Wie war sie? Wie war sie? Es war in einer kleinen Bar. Sie singen dort. Die Mutter von Napp. Die Mutter von Nacken. Die Mutter von Nacken. Sie erinnert mich von mir selbst. Wow. Ein Singler. Also, du hast du großartig, Alter. Ein Jazz-Singer. Ein ziemlich guter. Sie war die beste. The world didn't deserve that woman. I was trapped by the time she opened that… devilish smile. To think I fell for a bunch of teeth. But it wasn't just that. It was the way that the underlit environment danced in her eyes. Glowing orbs of the purest evil. Sie schlossen nach mir, nur die gleiche Zeit, um mich zu fragen. Ich fühle mich so, als ob sie sich in mir sehen können. Sie sehen, dass die Verbrauch, die Fake. All das fucking Wettbewerb, die ich nicht auszuhalten kann. Und wie hast du es geschafft? Habt ihr mit ihr gesprochen? Sie kam zu mir, satte an meinem Seite und hat mir einen Drink bezahlt. Rum & Cola. Ja, das Rum & Cola. Ich war nervös, bis ich meine Teile, keine Blut in meinen Fingern. Auf der anderen Seite, das gleiche, ein Gesicht von nichts. Ich fühlte mich verletzt und verletzt, als die Gründe, die Rats aufzunehmen. Ich war ein Mann von einem Mann, verletzt als eine leise Kugel. Ich wollte es, mich zu zerstören. Ich glaube, ich bin eher ein Martini-Guy, aber das ist ein guter Kugel. Sie sagte, es meinte an mich. Etwas dunkleres, mit ein bisschen... ...Sweetness in es. Die Art von Zutaten, die sie bereit war. Wow! Sie war gut! All we did was talk. For days and days, we talked. She read me like a book. It was a dangerous dance. Sometimes, I would spot the girl in her. Shameless, loud, tomboy. Then, with my armor shred, she would see through me. Shy little scum. I hated it, but it was also soothing. In a way, I didn't have to pretend anymore. I couldn't stop talking. Drunk on her spell. I would spell my weaknesses and fears and pains. All with a smile on my face. Seriously? Yes. And then, one day, she just vanished. Was? Huh? I waited for days. Coming to that same bar, gazing at that doorway. Hoping she would come in at any minute. All to no avail. Wow. Was? Damn, man. That's tough. I went to every bar in the city. I was losing my mind. I'd give anything just to see her smile one more time. I needed it more than food or water. It was ripping my insides, messing with my bowels. A stupid sickness that robbed me of my will to do anything else. I was thrown in a loop of impotent, bare, naked despair. Stripped from my walls, I walked those streets raw. A broken beast. I was strangely aware of my surroundings. Every breath, every time I closed my eyes. Voluntary movement. It rained like hell the night I finally found her. Wow. That's classic. Uff. Tot. She was just exiting a bar from this back alley. Oh. She gave me that devilish smile. Like she knew I was looking for her. What a... We stayed together for about three years. Wow. Man, what a story. And what happened? Did you... We split up. That's just how life is. I see. Hey. Thanks, man. I think I needed to hear that. I still don't know what to do though, but... It kind of soothes my nerves to know I'm not the only one who's still single. There's nothing wrong with being single. We're not puzzles looking for missing pieces. Each and every one of us. We made whole. It takes hell to learn that. Thanks, Shade. Man, when you talk, you talk. I'm astonished. So, let me know if you need help with something. Hey, we're still rival, yeah? I'll let Pineapple know. Wow. What was all out about? Did you fix fancy boy? I'm working on that uncle. Don't worry. Oh, shit. Alle Alltagsaufgaben abgeschlossen. Kommen wir hier nochmal mit? Nope. Und bei ihm triggert auch gar nichts. So, wenn wir jetzt alle Aufgaben abgeschlossen haben, bin ich jetzt trotzdem nochmal auf dem Weg zu CC. Oder habe ich das jetzt vergeigt, dass wir dem nicht nachgehen können? Ach, man. Grüß. Lass mal gucken. Kann ich mich vielleicht irgendwo im Haus verstecken? Nein? Irgendwo im Müll verstecken? So heimlich in den Trailer? Nope. Nur der KW-Ringst. Kann ich vielleicht das Rad pimpen? Nope. Ja gut. Wenn ich hier nichts machen kann, dann muss ich einfach hoffen, dass es irgendwann von allein nicht triggert. Oh, sag mal nicht, dass ich es verdüttelt habe. Ach, hier wollten wir auch noch reingucken, ob es eventuell irgendeine Info dazu gibt. Ja. Naja, machen wir. Wir probieren auf den neuen Song aus. Oh, neue Dudes. Oh. Nehmt mich nicht. Was, du... Okay. Immer noch alles bei Malton hier drüben. Joy. Er redet nicht mit mir. So, ihr beiden. So, auch was ist der Felsagel da? Jetzt ist der Fernseher da. Es ist ziemlich hervorragend. Ich mag dieses Seasoning. Wann werden wir den Pigg sehen? Was ist mit dir und den Pigg? Du solltest ihn nicht nennen. Es ist sehr offensichtlich. Ist er hart? Sein Name ist Fancy Jack. Sein Mech nennt sich Fancy Boy. Es ist ein Hübscher-Hübscher. Er ist noch nicht rankt. Du bist wahrscheinlich der einzige Grund dafür, warum Sis seine Herausforderung hat. Wann wird er wieder kämpfen? Nicht so schnell, nachdem du von dem Cowboy-Mech hast. Was ist mit dem Cowboy-Mech? Es sieht so alt. Ist Sis es zu kämpfen? Warum denkst du, wir sind noch hier? Sie wird seinen Platz wirklich gut kippen. Evendet Fancy Boy! Wir werden nichts evendet. Wir werden nur in den Pigg. Wir werden nur in den Pigg. Und dann wieder. Sis wird wohl wahrscheinlich den Grandpa Cowboy zerstören. Zerstören den Cowboy! Hier wird nichts zerstört, ja? Hier wird nichts zerstört, ja? Haben wir zwar nichts über die Hexe rausgefunden, aber immerhin... Ein bisschen Crap-Talk von den Schwestern von Hart. geprüft. Die sind in die Hexe rausgefunden. Ich bin in die Hexe rausgefunden. Sapen in die Hexe rausgefunden. Wenn sie nicht in die Hexe rausgefunden haben ist. Das ist toll, Mann. Der ist in die Hexe rausgefunden. Oh, ich meinte wahrscheinlich ein Super Famicom. Ich werde den Cowboy-Konfigur in den Spiel verbreiten. Jetzt kann dieser Schuss in der Sicherheit des inaktiven Cockpit trainieren. High Five! Meine P-Arme sind zu P-schort. Das nur was ist, wir brauchen jemanden, um andere Mechs-Data für Uncle Knight zu holen. Oh, ich kann das. Ich glaube, dass du schon genug hast, Junge. Ich habe gedacht, Schade könnte das walking machen. Hier, gib mir dein Telefon, ich bekomme die App für dich. Okay. Immer ja damit. Okay, uh, lass mich sehen. Hier ist es, und... Done! Jetzt kannst du die Daten aus der UGG-SBDE-App sammeln. Ja. Lass es auf jeden Fall auf. Wenn du jemanden die App hat, hörst du ein Beep oder was. Dann kannst du diese Person in eine Kampf. Wir können auch die Punkte für UGG-SBDE-Exklusiven preisen. Und wofür bräuchten wir das? Oh, guck mal, Pipu ist immer noch, äh... Versuch, einen High Five hinzukriegen. Das klingt gut für mich. Ich guck jetzt mal. Ich schau noch mal hier in die Bar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die zwei Schwestern die App auf dem Handy haben. haben sie nicht. Du, scheinbar auch nicht. Auch nicht. Okay. In der Bar hat das schon mal niemand drauf. Wow. Ich hätte schwören können, hier... wo die ganzen Leute sind. Hätten wir die... Hätten wir eine Chance da drauf. Ich habe nämlich auch keinen Ton gehört. Kann auch nicht sein, dass wir jeden ansprechen müssen. Da werden wir nicht fündig werden. Vielleicht... Da bestimmt... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht Mangoes? Das wäre ja witzig. Oh, du wieder. Mach dich zu Hause. Wenn du nichts brauchst, werde ich hier sein. Oh, ich habe mir heute... 1 kg Kimchi Salat vom russischen Supermarkt gehört. Immer noch so satt. Obwohl das das einzige ist, was ich heute gegessen habe. Ich guck nochmal hier rüber. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen über eine halbe Stunde. Moment, was war das? Da stand doch unten links irgendwas. Ach, war das vielleicht nur ein Ladedings? Kann ich jetzt auch nur interagieren? Nee. Ha! Niemand hat die fucking App? Sehr weird. Ah ja. Ich verabschiede mich schonmal. Falls ich hier noch jemanden finden sollte, der die App hat, gebe ich Bescheid. Na wo... na wobei. Nee, komm. Wir nehmen das noch kurz mit rein. Wir brauchen sowieso nur noch hier den... Junkyard. Hockyard, wie auch immer. Hä? Ich nehme mal an, Barbara hat die App nicht. Dann können wir den Tag sowieso schon... Ziemlich beenden. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt noch. Krankenhaus, da lassen sie uns eh nicht mehr rein. Weil sie das Bett halb geschrottet haben. Nee. Niemand hat die App. Nicht mal du? Oh. Okay. Wir hören das... nicht. Kommt das immer noch als Bonuszeug mit rein? Willkommen bei virtuellen Kämpfen. Hier kannst du gegen alles und jeden kämpfen, ohne Angst haben zu müssen, Kaufe zu beschädigen. In der Spielersuche trittst du gegen einen zufällig ausgewählten Gegner in unseren Systemen an. Also stell deine Fähigkeiten auf die Probe. Mit einem Battle Pass erhältst du coole Belohnungen, wenn du dein Mekka verbesserst. Oh, wie cool. Unter Herausforderungen kannst du gegen einen der besten Piloten der virtuellen Kämpfer antreten, der Pickelmensch. Aber sei vorsichtig, denn diese Leute solltest du dich auf die leichte Schulter nehmen. Du kannst neue Herausforderungen freischalten, wenn du dich durch die Stadt bewegst und neue Spieler findest. Okay. Battle Pass Belohnungen erhältst du per Post. Daher solltest du regelmäßig in deinen Briefkasten nach Schara. Wie cool. Okay. Für 200 RD freischalten. Ja. Warte mal, den ersten hätten wir schon, oder? Ist das hier ein Login-Bonus? Hm. Es gibt 25 Teile. Das letzte... Ah, das sind ein paar Fragezeichen Teile. Okay. Lass mal ausprobieren. Warte Ananas. Joe Unicorn. Pudding Eater. Auch irgendwie voll geil, dass du dann einfach so battlen kannst und auch deine Konfiguration testen. Das ist nicht schlecht. Ich move mich einfach mal auf den hier. Dann graben wir auf den Arm. Aber weil wir den nicht brauchen. Holy! Wie beefy ist das Ding? 25. Holy moly. Das ist heftig. Sollen wir gleich hier drauf gehen? Oh. Warte mal. Das braucht zwei Munitionen. Das braucht keine Munitionen. Das heißt, wenn ich jetzt eins nach vorne gehe, kann ich die beiden Sachen machen. Das wären dann 30 und 10. Ne, dann lass einfach mal direkt nach vorne gehen. Da kriegen wir auch plus fünf. Oh, was... Was hauen wir denn? Ich hab so ein bisschen Schiss direkt auf das Ding zu gehen. Komm. Siebzig. Das kann sich sehen lassen. Einiger Schild. Ja. Warum haben wir eigentlich... Moment. Warum sind wir nach hinten gemoved worden? Die Panzerung verlierst du gleich wieder, Freundchen. Ach, die kann ich auch einfach von hier machen, Schnieke. Okay. Da war ja was. Genauso wie der erste Angriff aber. Wir haben eine höhere Reichweite. Ich bleib einfach so stehen. Langsame Reparatur. Nur eine Aktion noch, oder? Wir sollten auch langsam reparieren und er hat halt... Er geht mehr auf Reichweite. Noch mal... Also siebzig ist schon... schon böse. Die wirken mich jetzt nur nach vorne. Nein. Schiebt er mich wieder? Ja, der heilige Schild... Äh... Schiebt die Fickliste halt da rüber. Uh. Sehr heftiger Nachkampf. Magenschwinger. Alles halb so wild. So, das hat Abflinkzeit. Nicht genug Muni. Wir könnten einmal nachladen. Einmal nach hinten gehen. Mhm. Das ist immer noch besser... als den ersten... Angriff zu machen. Den Standard-Angriff. Hm? 35 Stücke. Das ist nicht Cheating. Das passt schon. Den heiligen Schlag können wir auch noch ab. Ey, haut mir zwar auf die Ommel. Aber alles halb so wild. Ich muss doch... Ich muss echt gucken... Okay. Und welche Reichweite die Teile haben, die neuen. Aber... Das war's. Nice. Schau mir die Victory-Springen! Nicht... verkehrt. Gefällt mir. Ach, da kriegen wir einfach... Real Dollars raus. Okay. Hm. Und da unten links haben wir sozusagen... ein Erfahrungs... ein Erfahrungswert. Alright. Ah, weil wir auf Stufe 2 aufgestiegen sind. So, jetzt lassen wir noch ganz kurz gucken. Ich weiß, die Folge ist ziemlich lang. Aber wenn wir jetzt hier... Die Briefkarte sagt... Belohnungsstufe 1. Ah, da hast du sie zugefügt. Danke. Und das sind die... Ah, nochmal 100 Cash. Oh, ich... Nö. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob wir... da vielleicht mal eine Sonderfolge machen sollten. Einfach mal ein bisschen kämpfen, oder nicht? Ich würde ja einen Livestream machen, aber... Ja, ist schwierig ohne Internet, ne? Okay. Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.